Ja, moin Leute, was geht? Hier bei DaliGames. Willkommen zu einem erneuten Video. Heute mit... Einer Adventure Map. Heute spielen wir bei dem lieben Beimalte 197... Das heißt, du sollst reden, dann halt nicht. Halt dein Maul. Wir holen uns jetzt einfach mal die Bücher raus. Ich kann zwar nicht lesen, deswegen lest du. Dann halt nicht, dann muss ich halt ein Streber jetzt sein. So, Regeln. Nichts abbauen. Wenn du bei einem Bett bist, mach Nacht. Ja, wie soll ich bitte Nacht machen ohne Moderatorrechte? Alle Sprünge sind möglich. Viel Spaß. Hi DaliGaming, das ist meine erste Adventure Map. Klammer auf. Jump and Run. Klammer zu. Für dich, ich hoffe, sie gefällt dir. Wenn du Bock hast, schau auch bei meinem Kanal vorbei. Viel Spaß. YouTube bei Malte. Let's Play. Also LP. Das geht's mit dem Jump and Run hier. Nein, Spaß. Leute, ihr könnt da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Für die Map hat sie sich wirklich mega Mühe gegeben. Die ist gedreckt, meine Freunde. Gerade ist es nicht in Frusträg. Ey, psst. Das ist unsere erste Aufnahme hier. Ich kenne die Map noch gar nicht, Leute. Okay. So, mach mal hier Nacht, ne? Energy. Nice. Ich hoffe, die Kamera ist in Ordnung. Jetzt wundert ihr euch bestimmt. Ey, Kevin. Was hast du da auf dem Kopf? Ist das ein Ei? Nein, Leute. Das ist eine Käppi. Und hier sind noch Kopfhörer. Pass auf, heute ist was ganz Schlimmes passiert, Leute. Nein. Ich rede jetzt über meine Kopfhörer. Sie sind einfach zum zweiten Mal zerbrochen. Und mein Vater wird sie morgen wieder eporieren. Eporieren. Alles klar. Operieren. Jetzt geht's los. Und nicht geschafft. Ey, wir wollten vorhin schon mal aufnehmen. Aber dann ist was ganz Schlimmes passiert. Ruhe, ich erzähle gerade eine Geschichte. Wir wollten die Aufnahme starten. Haben sie gestartet. Ich habe alles locker easy geschafft. War am Ende der Map. Und auf einmal... Mach aus die Scheiße, aber ganz schnell. Oh, das gibt's doch nicht. Thema Call of Duty. Ich habe das DLC-Paket noch nicht. Season Pass habe ich auch nicht, weil ich zu abgehoben war, mir einen zu holen. Er hat mich runtergeschlagen. Das habt ihr alle gerade gesehen. Ey, kann dein Kollege jetzt oder dein Bruder oder dein Cousin oder dein Vater oder was weiß ich, wer da ist, Bitte mal YouTube leiser machen. Bitte YouTube leiser machen. Doch. Nein. Doch. Warte. Ich hoffe, er macht's jetzt leiser. Er hat jetzt sogar noch lauter gemacht, oder? Schnauze. Schnauze. So, Leute. Damit bin ich leider jetzt forever alone. Ich mach ein paar... Oh mein Gott, geschafft. Ich glaub's nicht. Ich fass gleich aus. Jetzt kann ich die Kopfhörer absetzen. Guckt euch das an, Alter. Richtige missgeboten Kopfhörer sind das jetzt. Aber ich liebe euch. Ich dreh sie zurück, auf Anfang unserer Geschichte. Ich liebe alles an, egal wie oft ich auf deinem Foto klicke. Leider sind sie kaputt. So. Is. 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 Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das ist die letzte. Die letzte verdammte Adventure-Map, die ich am Abend aufnehme. Die letzte. Ich entschuldige mich für das Halten meines Bruders. Ach, da unten ist der Leiter. Ja. Oh, Junge. Ich hab das trotzdem nicht. Is. Guck dir das an. Mein Bruder hat schon wieder YouTubern. So. Zum zweiten Mal Forever Alone wieder am Start. Mann. Das gibt's nicht. Wieso schaffst du den Sprung nicht? Es ist abend. Es ist abend. Ich schwitze. Mir ist langweilig. Ich hab keinen Bock mehr. Das geht nicht wahr. Dam-di-dam-di-dam. Verbindung wieder verloren. Mann. Das war's mal. Mit Adventure aufnehmen. Ist aus der Party. Ist aus dem Spiel. Ja, Leute. Das war's mit diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein. Und. Ciao.